Hans-Georg Maaßen ist ein deutscher Jurist. Er ist seit dem 1. August 2012 Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz und damit Nachfolger von Heinz Fromm, der aufgrund der Vernichtung von Akten mit Bezug zur Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund durch Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz um seine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand zum 31. Juli 2012 gebeten hatte, Leben. Maaßen wurde 1962 im Stadtteil Rheindalen von Mönchengladbach geboren und absolvierte im Jahr 1982 sein Abitur am dortigen Gymnasium. In Köln und Bonn studierte er Rechtswissenschaften. 1997 schloss er die Promotion in Köln bei Hartmut Schiedermeier zu einem völkerrechtlichen Thema ab. Seit 2001 ist Maaßen Lehrbeauftragter am Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin. Dem Antrag des Fachbereiches auf eine Honorarprofessur Maaßens kurz vor seiner Vorstellung durch den Bundesinnenminister vom Akademischen Senat der Freien Universität wurde eine Absage erteilt. Ausschlaggebend war Maaßens Rolle in der Affäre um Murat Kunas. Die ehemalige Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gemälen, selbst Honorarprofessorin der FU, bezeichnete laut Taz Maaßens damaliges Rechtsgutachten als falsch, empörend und unmenschlich. Der Rechtsprofessor Ulrich Batis hielt es für zweifelhaft und politisch völlig daneben. Maaßen erklärte, der Titel sei ihm schnuss und er verteidigte weiter seine Haltung. Er ist Autor von Publikationen zum Thema Ausländerrecht und Recht der inneren Sicherheit. Seit 2006 unterrichtet er im Europäischen Zentrum für Staatswissenschaften und Staatspraxis im Studiengang Europawissenschaften Seminare zum Thema Europäisches Einwanderungs- und Asylrecht. Maaßen ist Redakteur der Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik. Neben der Tätigkeit an der FU Berlin lehrt er in Tokio. Seit 1991 war er Mitarbeiter im Bundesinnenministerium, unter anderem als Referatsleiter für Ausländerrecht. In dieser Funktion musste er unter Bundesinnenminister Otto Schiri im Herbst 2002 klären, ob der im US-Gefangenenlager Guantanamo festgehaltene Murat Kunas nach Deutschland zurückzuholen sei oder ob man seine Einreise verweigern solle. Er entschied Kunas unbegrenztes Aufenthaltsrecht in Deutschland sei verfallen, da dieser mehr als sechs Monate außer Landes gewesen sei und sich nicht bei den zuständigen Behörden gemeldet habe. Kunas war bereits länger als sechs Monate in Guantanamo festgehalten worden. Maaßen musste 2007 vor dem BND-Untersuchungsausschuss des Bundestages seine Entscheidung erklären und wurde von Mitgliedern des Ausschusses und in der Presse scharf kritisiert. Im Rahmen eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen wurde für Recht erkannt, dass die Aufenthaltserlaubnis Kunas nicht erloschen war, da Kunas nicht ausgereist war und dass ein gegenteiliger Bescheid des Stadtamtes Bremen an dem Maaßen allerdings nicht mitgewirkt hatte, aufzuheben war. Seit August 2008 war er im Bundesministerium des Innern als Ministerialdirigent, Leiter des Stabes Terrorismusbekämpfung in der Abteilung Öffentliche Sicherheit. Im NSU-Untersuchungsausschuss vertritt Maaßen die Bundesregierung. Am 18. Juli 2012 beschloss das Bundeskabinett, dass Maaßen zum 1. August 2012 das Amt des Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz übernimmt und stimmte damit für den Vorschlag des damaligen Bundesinnenministers Hans-Peter Friedrich. Friedrich hatte die Vertreter der Bundestagsfraktionen am 16. Juli 2012 über die Personalie informiert. Die Ernennung Maaßens wurde von verschiedenen Seiten vor allem wegen seiner vormaligen rechtswidrigen Weigerung, dem Bremer Morat Kunas die Wiedereinreise nach Deutschland zu gewähren, als dieser unschuldig im Gefangenenlager in Guantanamo einsaß, sowie der mangelnden Reue im Nachhinein kritisiert. Friedrich ernannte Maaßen am 1. August 2012 zum Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz. Am 10. August 2012 wurde Maaßen in Köln vom damaligen Bundesinnenminister Friedrich offiziell in sein Amt eingeführt. Maaßen erklärte, das verlorene Vertrauen der Öffentlichkeit zum Verfassungsschutz wiederherstellen zu wollen. Am 15. November 2012 wurde in Köln das gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum in Maaßens Anwesenheit durch den damaligen Bundesinnenminister Friedrich eingeweiht. Maaßen stieß auf öffentliche Kritik als Edward Snowden als Verräter anprangerte. Der Verfassungsschutzbericht 2013 widmete der globalen Überwachungs- und Spionageaffäre lediglich eine Seite. Im Juli 2015 gab Maaßen durch mehrere Strafanzeigen gegen unbekannt den Anstoß zu Ermittlungsverfahren gegen zwei in den Anzeigen namentlich genannte Blogger von Netzpolitik.org wegen Verdachts des Landesverrats eingeleitet durch Generalbundesanwalt Harald Range. Maaßen erklärte in Folge der aufgebrachten Reaktion der Medien auf die vielerseits als Angriff auf die Pressefreiheit wahrgenommenen Anzeigen. Er habe die Anzeigen ausdrücklich nicht gegen die Blogger gestellt. Aus den Akten des Landesverratsverfahrens geht jedoch hervor, dass Maaßen entgegen seiner Aussagen hätte wissen müssen, dass das Verfahren sich gegen Journalisten richtet. Maaßen erklärte, das Ziel der Anzeigen sei gewesen, bisher unbekannte Maulwürfe zu finden, die den als vertrauliche Verschlusssache eingestuften Budgetplan des BfV an die Blogger weitergegeben hatten. Aus dem Budgetplan geht hervor, dass 2,75 Millionen Euro für den Aufbau einer neuen Behördeneinheit zur Massendatenerfassung etwa in sozialen Netzwerken zur Verfügung stehen. Das von Maaßen auf Anfrage für den Generalbundesanwalt erstellte Amtsgutachten, auf dessen Grundlage dieser den Vorgang als möglichen Landesverrat einstufte und die Ermittlungen zwecks Unterbrechen der Verjährungsfrist eingeleitet hatte, wurde für geheim erklärt. In Folge dessen forderten mehrere Politiker, darunter Renate Künast, Bernd Riexinger und Christian Lindner, den Rücktritt bzw. die Entlassung von Maaßen. Er habe ein gestörtes Verhältnis zu den demokratischen Grundprinzipien, so Künast. Eine weitere Strafanzeige erstattete Maaßen aufgrund eines Medienberichts über den vertraulichen Bericht des vom Parlamentarischen Kontrollgremium, eingesetzten Sonderermittlers Jasi Montag zum Tod des im Umfeld der rechten Terrorgruppe NSU eingesetzten V. Manns mit dem Detnamen Corelli. Auch hier geht es darum, die Informanten zu finden. Dieses Verfahren hat der Generalbundesanwalt bisher nicht an sich gezogen. Zitate Dr. Hans-Georg Maaßen